Diese großzügige, sonnendurchflutete Doppelhaushälfte wurde 2004 errichtet und befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand. Sie verfügt über ca. 160 Quadratmeter Wohnfläche. Das großzügige Erdgeschoss bietet Ihnen helles Wohnen auf ca. 70 Quadratmeter. Über den Windfang erreichen Sie die Diele, das gepflegte Gäste-WC und die moderne Küche. Das großzügige Wohnzimmer in Südausrichtung mit bodentiefen Fenstern und einem Kamin bietet ca. 35 Quadratmeter für den Lebensmittelpunkt und offeriert Ihnen über eine Terrassentür einen direkten Zugang auf die ebenfalls nach Süden ausgerichtete Sonnenterrasse mit dem anliegenden gepflegten Garten. Über eine Treppe erreichen Sie das Obergeschoss, welches über eine Wohnfläche von ca. 56 Quadratmetern verfügt. Drei großzügige Zimmer, ein Duschbad sowie ein Vollbad stehen Ihnen hier zur Verfügung. Im Dachgeschoss erwartet Sie ein toll hergerichtetes Studio, ideal für Hobby, Büro oder für die Beherbergung Ihrer Gäste, sowie einen Abstellraum. Der wohnlich gestaltete Vollkeller mit angenehmer Deckenhöhe verfügt zudem über Heizkörper. Hier ist ausreichend Platz für Bevorratung, Hobbyraum, Werkstatt und Waschküche. Erleitung, Werkstatt und Waschküche. berufe, rüfe, 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 rüfe. Es gibt hier auch noch nicht dieáticas, die sich jetzt befindet. Die Beherbergung, heurell Sie.